Hallo, mein Name ist Christine Hegelit. Ich lebe in London, bin aber deutsch und ich habe vor kurzem das Postgraduate Diploma in Asian Art in SOAS gemacht und bin wirklich glücklich über die Entscheidung und die gute Gelegenheit, die ich hatte, in SOAS studieren zu können. Und ich komme immer noch oft und gern zurück am Abend für Evening Lectures zu interessanten Themen, zu Middle Eastern Politics, Art und Musik. Und ja, also ich bin glücklich, immer wieder zurückzukommen.